Liebes Publikum, hier im Forum, bitte einen Aufbau und Applaus für Anil Marek! Anil, bei deinem Engines eben haben die Leute dich so herzlich willkommen geheißen mit Welcome Back Chance. Aber seitdem du wieder zurück bei der WXW bist, ist deine Win-Lose-Serie ja in eine eindeutige Richtung gegangen. Kannst du mir dazu was sagen? Ich habe letztes Jahr Karat aufgrund einer Verletzung verpasst. Ich bin zurückgekommen und heute war meine Schaus. Ich will 16 Karat Gold qualifizieren. Meine besten Freunde sind alle hier. Meine Familie ist hier, um mich zu supporten. Ich versetze dich mal in meine Lage. Das tut mir furchtbar leid für dich und ich kann mir vorstellen, dass das 16 Karat so ein Goal ist, was jeder erreichen möchte. Wie gehst du da gerade mental mit um? Es geht nicht nur um 16 Karat. Momentan darf ich gar nichts. Ich habe nicht einen Kampf gewonnen, wenn ich zurück bin. So lange war ich auf dem Weg. Einen Kampf! Meine Damen und Herren, vielen Dank an Anil Marek! Applaus Applaus Applaus